Musik Oberhalb von Wichmannshausen auf den Mittelberg haben wir eine Fläche von 65.000 Quadratmetern. Von dort aus hat man eine tolle Aussicht auf das Sondra, Wehretal sowie den Meisner. Auf dem Berg pflegen wir seit Jahrzehnten eine Weihnachtsbaumkultur bestehend aus Nordmannstannen und Blaudannen. Vor rund 40 Jahren begannen wir mit der Bepflanzung der Kulturen. Das Selbstschlagen entwickelte sich circa zehn Jahre später in einem kleinen Freundeskreis an einem Lagerfeuer. Seitdem dürfen wir viele Gäste zu unseren Stammkunden zählen und freuen uns jedes Jahr über zahlreiche neue Gesichter. Auf unserer idyllischen Berghütte laden Glühwein, Bratwurst und weitere Angebote alle Gäste dazu ein, bis in die späten Abendstunden zu verweilen. Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr zu meiner Freude gab meine Tochter letztes Jahr am Abschlussabend bekannt, dass sie die Tradition gerne in den nächsten Jahren übernehmen möchte. Meine Familie und ich würden uns sehr freuen. Auch sie dieses Jahr auf unseren Berghüttern begrüßen zu dürfen.